Tschüss, ihr Pflaumen. Tschüss, ihr Pflaumen. Hallo, hier findest du Petersons Fotoalbum. Die gefräßigen Fotokäfer waren wieder unterwegs und haben die Bilder in Petersons Album zerknabbert. Okay, und jetzt? Jetzt muss ich die sammeln und nachher puzzeln oder was? Da! Nein, nicht verschwinden! Dann haben wir dann alle wieder! Ich hänge fest. Hey, ausgetriegst! Hä, du hast doch gar nichts mehr! Wann haben wir denn jetzt immer alle? Oder geht das unendlich, das Spiel? Weil eben kam so viel auf einmal und jetzt keiner mehr, oder was? Hallo? Was ist das jetzt? Hä? Ich verstehe es nicht! Ah! Oh! Oh! Nee, das passt auch nicht! Das kann ich einfach selber, muss ich jetzt dann gucken, dass es... Hä? Ich bin überfordert. Nein! Ich bin überfordert. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Die Base... Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Scheiße? Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich habe es nicht überfordert. Allora sondern die Tr nationally. Oh Gott, was ist das? Aber das passt schon eher, ne? Nee. Das sind zum Beispiel, wenn das hier und das einzeln ist. Gibt es da eigentlich überhaupt irgendwas Richtiges? Das auf jeden Fall nicht. Weil das ist ja alles so unterschiedlich hell. Die Augen passen überhaupt nicht dazu. Eigentlich passen die schon irgendwie... Nee, passt noch nicht. Hm. 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 Ja, das passt. Hm. Tausend verschiedene Menschen. Nee, schon wieder eine neue, ne? Hm. Ich will ja schon alles ordentlich machen, ne? Ich will ja jetzt nicht irgendwie... Alter, was macht der da? Was macht der da? Alter! Kann man ein paar neue? Nö, kommen nicht. Dann kommen keine... Wo ist meine Maus? Na. Gut, ähm... Dann gucke ich nochmal. Nee. VTF. Alter, das sieht krank aus. Ich glaube, das hier passt gut zusammen, ne? Nee, das passt auch nicht. Ich finde die Augen echt schwer. Können genauso gut dazu passen, ne? Das sind auf jeden Fall Augen von Frauen, würde ich sagen. Hä? Das ist aber zu groß. Oh nein, oh Gott. Vielleicht kommt das hin. Nee, das auch nicht. Aber die Nase, die... Vielleicht passt die zu dem Dicken. Nee, ach, wir haben ja schon voll den Dicken. Nee, der hat auch nicht so eine Nase. Der hat so... Hm, na, vielleicht schon eher... Der, als ob der so eine Nase hat... Ja, nee. Das könnte schon passen, oder? Das nämlich nicht. Das könnte passen. Ja, wo seid ihr denn mit den ganzen Sachen hier? Oh nein, schon wieder neue Person, oder? Oh nein. Ach, oh, oder... Ah! Oh, da passen die Augen aber auch nicht. Okay, was sind das für Augen, bitte? Guck mal, das ist Patterson, oder? Aber hat der nicht... Hat der solche... Ach... Ja, besser als das. Nein. Ich will die Augen. So ein Patterson-Style-Typ, oder? Hihii. Ich glaube... Ich weiß nicht. Nee, das passt auch nicht. Mann, ey, mal dieses Niesen. Ach, das sieht super süß aus. Das sieht süß aus. Wir passen immer mal voll das hässliche Ding hier. Hm. Was für ein schrulliger Typ. Was? Das ist eine Frau. Der sieht ja lustig. Äh, wie doof. Wie doof. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit denen... Das passt nicht. Hier ist eigentlich noch nochmal eine neue Person. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das auch nicht. Als ob wir so viele Personen hätten, die wir zusammenbasteln können. Das könnte passen, ne? Der sieht auch so hässlich aus. Das macht eigentlich gar nicht mal so unspaß. Das macht schon Spaß. Auf gut Deutsch. Doppel Verneidung. Komm, komm hier hin. Ja, komm hier hin. Du bist ein bisschen verwirrt da unten, ne? Ich weiß einfach nicht, wo lang. Bleib hier. So, gehen wir nochmal rein. Okay, was? Das müsste... Ne, das passt da nicht zu. Ne, auch nicht. Das hier. Das ist ja eine komische Figur. Hm. Die Frau war hier. Der Junge war hier. Langsam, langsam... Ne. Hm, hm. Kann das sein? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, zuerst, dass wir ein Typ, aber... Ich glaube, Sinn der Sache ist eigentlich so möglichst hässlich, wie... Also, ist alles so hässlich, wie möglich zu machen, aber... Will ich nicht. Boah, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Diese tausend Sachen hier. Man kann die sich ja auch nicht immer holen. Also, man muss sie ja immer nach und nach essen. Ich kann ja nicht einfach lange warten oder so. Komm, gib mir das Teil. Gib es mir doch. So. Huah. Das macht mir Angst. Das passt aber nicht. Ach ne, guck mal, hier. Die Nase. Ich weiß es noch nicht. Ne, das ist eine Frau, oder? Ich würde sagen, das ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob das Dicke dazu passt. Haben wir schon wieder einen neuen Mund? Ne, oder? Was ist das da? Ich weiß es nicht. Könnte auch... Ne, könnte das nicht sein. Aber das hier. Als ob ihr so guckt. Ach, nö. Das wäre voll die liebe alte Mutti. So. Ich weiß nicht. Ne, auch nicht. Ne, auch nicht. Schon wieder ein neues? Ne, oder? Ne, ne. Aha, hier. Ähm. Es könnte passen, oder? Weil das hier, finde ich, passt irgendwie nicht so. Das passt auch nicht. Das ist bis jetzt noch... ...am besten, leider. Mir gefällt das nur nicht. Hm, ja, das könnte gehen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Vielleicht nochmal eine neue Person. Wir sehen. Das dauert hier gerade total ewig. Es tut mir leid. Aber ich finde es eigentlich gar nicht... Also ich finde es halt ganz cool eigentlich. Und das jetzt einfach liegen zu lassen und nicht einmal durchgespielt zu haben, sage ich jetzt mal, fände ich schade. So. Weiß nicht. Ähm. Das ist ja eine komische Figur. Ja, findest du? Das ist ja... Das ist ja... Das ist das... Äh. Der sieht ja lustig aus. Besser als das. Ich weiß es nicht. Mit den Augen ist das, finde ich, total schwierig. Ne, das nicht. Was für ein schrulliger Typ. Der sieht ja lustig aus. Ich will, dass es ordentlich aussieht und nicht schrullig. Der sieht ja lustig aus. Hm. Ne. Ist echt schwer, finde ich. Nee. Hm. Hm. Was kommt da hin, oder nicht? Passen die Augen dazu, oder muss das solche Augen sein? Ne. Okay. Die Augen passen dazu. Definitiv. Könnt das vielleicht dem... Ne. Dem dicken Jungen. Auch dem komischen Jungen. Bei wem gehören denn die Haare? Es kann jetzt alles Mögliche sein. Es könnte natürlich auch wirklich... Das hier nicht. Könnte natürlich direkt das wirklich sein. Aber wir kriegen ja noch richtig viel. Ja, damit! Mit scharf auf große Teile. Erstmal kriege ich nichts mehr. Kriege ich erstmal nichts mehr? Doch, da oben. Wollte schon sagen. Okay. Hä, das hatte ich doch schon. Oh Mann. Jetzt bekommen hier schon nur noch die gleichen Teile. Aber das hier würde passen. Ich weiß nicht, ne? Also, ich rate jetzt einfach gerade mal. Ne, das sieht nicht aus. Das sieht auch nicht aus. Ich suche mal weiter. Okay, eher mit den großen Teilen. Nasen und so brauche ich nicht. Ich brauche nur die großen Teile. Ähm. Auch seltsam aus. Das ist doch das gleiche wie das. Und das hatten wir ja auch schon. Oh Mann. Ich wollte ein ganz vernünftiges so haben. Können wir nochmal eine neue Person machen? Hab ich auch keinen Bock drauf. Na guck, dann haben wir auch nochmal den gleichen. Oh nee. So wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte wirklich alles ordentlich. Haben. Ich bin nicht irgendeine Scheiße hier. Ich bin das enttäuscht. Wirklich. Bin ich ganz doll. Wenn wir es einmal vernünftig machen, dann sowas. Gib mir ab. Gib das ganze Zeug her. Ich meine, das haben wir ja gesehen. Ist ja auch gleich schon Ende. Mit den Sachen. Das haben wir auch schon. Hä, können wir hier keine fertige Person wirklich machen? Was für ein schrulliger Typ. Aber das passt zusammen. Ach Mann. Ich bin ein Toil. Ich bin einfach so ein Toil. Das hier. Das hier wird eine gute Gestalt. Das hier ist ja auch so ein Toil. Das ist ja auch so ein Toil. Das scheint gleich schon wieder niesen. Ich kriege das Kotzen. Okay, das habe ich Gott sei Dank noch nicht gekriegt. Aber wer weiß. Vielleicht könnte das auch noch. Morgen kommt auf jeden Fall Fieber. Das weiß ich jetzt schon. Morgen ein Silvester, ne? Also für euch heute. So. Ja gut, es sind nur noch die gleichen immer. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hätte gerne... Oder? Haben wir das schon? Ah. Ja, aber ich meine, bringt uns das auch nichts. Äh, wie doof. Ja, das sieht auch doof aus, wenn das nicht passt. Das ist ja eine komische Figur. Ja gut, ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Weil es ist alles eh nur verdoppelt. Tschüss, ihr Fotokäfer. Tschüss. Und wir gucken weiter. Ach, das hatten wir ja schon. Hatten wir schon. Ich möchte gehen. Sorry. Sorry, Findus. Ich möchte gehen. Ich möchte gehen. Findus, ich möchte... Ach, da oben. Tschüss, ihr Pflaumen. Ähm. Das hatten wir jetzt auch schon. Tschüss, ihr Fotokäfer. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, jetzt hatten wir hier auch alles. Wenn ich was übersehe, schreibt es ruhig in die Kommentare, dann packe ich das Spiel gerne noch mal an. Mhm. Da bist du doch. Oh, ist das. Hallo, hier bist du bei Nicht-den-Boden-Berühren. Jetzt kannst du mir dabei helfen, nicht den Boden zu berühren. Benutze die Maus, um mich zwischen den einzelnen Möbeln hin und her zu bewegen. Du kannst mir beim Balancieren, beim Hangeln und beim Klettern helfen. Es ist nicht immer ganz einfach, aber gib nicht auf. Ich wünsche uns viel Glück. Drück auf den Beenden-Pfeil, um das Spiel zu beenden. Okay. Schick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's. Und spring. Achso. Oh. Er ist tot. Hoho. Hui. Oh, müssen wir Sachen ändern? Und höpf. Oh, das war knapp. Das war knapp. Nein. Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Okay. Ah, okay, dann müssen wir nur in dem Screen weitermachen. Das ist auch ganz gut. Hä? Gerade eben hüpft er wie sonst was? Oh, Findus. Ich kann nicht mehr. Du machst mich fällig. Und hopp. Oh. Okay, ich muss einfach viel, viel weiter. Und hopp. Achso, jetzt muss er geduckt laufen. Ernsthaft? Und hopp. Oh, cool. Okay, ich habe es raus. Ah. Lauf doch, schneller. Juhu. Okay, komm. Ich spiele jetzt aber nur eine Bahn, sonst... Hilfe, ich bin runtergefallen. Mann, was machst du denn auch, Melina? Oh nein, nicht schon wieder. Hilfe, ich bin runtergefallen. Ja, das ist das Ziel. Hilfe, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Okay, so. Runter. Und hops. Und hops. Hoho. Yippie. Oh, guck mal, ich bekomme mein Pugall. Ich bekomme mein Pugall. Rekordzeit. Und ne Wurst. Bad Combo. Bad Combo. Klingt auf das nochmal hier, wenn du nochmal spielen möchtest. Nee. Patterson und ich sitzen manchmal abends hier. Das ist grundsatz. Und dann wie ich beim Sack. Ich bin, mein F�. Und wieder als Sack.